was geht youtube ich bin's wieder lucky schön dass ihr eingeschaltet habt heute reagiere ich über der neue mero und das video wurde von annais gedreht ich bin mir ziemlich sicher dass die meisten von euch ihn kennen für denen die ihn nicht kennen wie immer ich kann nicht reden er ist ein deutscher youtuber ein dunkelhäutiger deutscher youtuber und er ist annais und ja er ist mein lieblings youtuber und ich dachte mir einfach so ich will hier mal ein paar von seine videos wo ich muss ich muss ich muss deutsch lernen lasst uns beginn frank ist auch dabei deutschland ist nicht ready deutsch rep ist nicht ready wir haben alles ausgelandert wir sind hier im Spiel mit dem Sprit man nicht 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 nur mit dem Sprit man nicht nur mit dem Sprit man nicht nur mit dem Sprit after mit dem Sprit man nicht nur mit dem Sprit man nicht nur und damit nur mit dem Sprit man nicht nur mit dem Sprit man nicht nur die fällt auf du musst du mit dem Sprit was macht ihr das das Leute das Geräuschen ich musste die lecka Ich steig mich doch. Aber was war das denn? Nein, nein, nein. Habt ihr Schlaftablette? Schlaftablette? Ha, frick. Es könnte besser werden. Weißt du, sie hat noch ein... Ich kann nicht reden. Sie hat mir einen ersten Teil, also das ist das zweite Teil. Franky im ersten Teil ist so richtig, lustig, boah. Vielleicht wird er hier auch wieder lustig sehen. Franky ist immer lustig, sicher bitte. Ah, die Qualität ist gerade scheiße, tut mir leid. Gangsta shit, bruh. Damn! orezza Franky im 팀, Franky will open, and do makeup... Ich sch迎hol den Versyrisaton 5.0 W приехale ich in Versyrisation Ich sch 1955 Buh, wie du lachtest Buh 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 Komm an dich um dein Problem. Ich sag nur, ich sag nur. Du kannst sagen einmal ich bin Tuero. Ist gut oder nicht gut? Ist gut oder nicht gut? Ist gut. Ist gut natürlich. Mach deine Arbeit. Ich mach mal Arbeit. Kamera. Komm. 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 Mach mal Leute an. Guck mal. Kamer, mach mal an! Musik! Komm Bidolung. Diesmal besser! Erste Lied ist Gold gegangen. Zweite Lied geht auch nochmal. Platin. Diamant. Uh. Internationale. Gangster Shit. Mein Name ist Ero und das hier ist Fero, arbeite hart denn ich möchte Dinero, ich kaufe jeden Tag ein Overnetto, ich bin so trocken ja du brauchst Labelo. Mein Name ist Ero und das hier ist Fero, arbeite hart denn ich möchte Dinero, ich kaufe jeden Tag ein Overnetto, ich bin so trocken ja du brauchst Labelo. Ich nehm dich nicht ernst, du bist nur ein Blitz, du bist ne Karte auf Englisch das Nitsch, wenn du nicht da bist, glaub ich sei eine Chick, ich bin wie der Dollar und sie bin mein Blitz. Ich nehm mich nicht daran erinnert, du bist nur ein Witz. Du bist der Wotter auf Englisch den Fisch, wenn du nicht da bist, glaub ich sei eine Chick, ich bin wieder Herr witcher und sie bin mein Blitz. Twero Twero Fünfzig Twero Ich hab den doch nie so ... Fünf mit Chiliích Filmshah! Ja mann? Ja Twero 4. 5. 0. Das ist Zero, das ist Zero, das ist Zero! Das ist Zero, Das ist Zero! Aber eigentlich trotzdem geil, auch wenn er immer das gleiche wie du ist. Wie findet ihr? Ich habe das Beste. und wie fandet ihr das video also gibst du das anna ist weil anna ist so leute das was mit dem video qualitätsgrad scheiße weil es irgendwie dunkel ist keine ahnung wieso das wette schaut nicht gerade gut aus irgendwie mir schlecht gelaunt keine ahnung gestern vielleicht findet ihr das komisch aber wenn das wetter schlecht ist bin ich so schlecht gelaunt vielleicht bin ich nicht der einzige ich weiß ja nicht ob es andere gibt aber wenn wetter schlecht ist bin ich irgendwie schlecht gelaunt ja das war's mit dem video schön dass ihr eingestellt habt liken abonnieren dies das ananas erwischt schon und diesmal sage ich nicht dass ich nicht reden kann auch wenn ich nicht reden kann wenn es euch nervt dass das die ganze sage sagt schreibt es in die kommentare und ich kann gerne aufhören ja nicht vergessen zu abonnieren wenn ihr neu seit aktiviert die glocke wenn ihr wollt wenn nicht dann nicht aber es wäre nice wenn ihr abonniert und ja das war's und ciao